Musik Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zur Lesung One Shot in den Backyards 76 Studios Mein Name ist Stefan Kleinkrieg und ich lese aus meinem Erfolgsbuch St. Kleinkrieg, das Rumsteg und der Dalai Lama Die Geschichte der Flug in der Enterprise Wenn ich aus meinem Fenster schaue und das verspätete Aprilwetter beobachte wünsche ich mir einen tiefen, dunklen November Richtiges Jackenwetter mit Scheinwerfergrütze auf dem Asphalt Ist mir lieber als dieses Muschi-Wetter, das ich nicht entscheiden kann Ich hasse diese Blitzwechsel von Sonnenschein auf dunkle Regenphasen wie die Pest Naja, ich habe mir so ein paar Reißstrommatten als Rollos gekauft um die Sonne vom Fernseher fernzuhalten Lasse ich die eben runter und versuche mich an eine Zeit zu erinnern als Wetterfühligkeit ein Begriff war der für ältere, kranke oder pflegebedürftige Menschen eine Rolle spielte Aber nicht für mich Es war ein goldener Herbst und ich befand mich im letzten Quartal meiner Soldatenzeit Im Feldquartier, auf hartem Stroh, da singe ich meine Lieder Nein, so war es nicht, nicht ganz Ich hatte zwar eine heftige Zeit mitgemacht mit unerlaubtem Entfernen von der Truppe und allerlei Schnickschnack Aber darüber will ich vielleicht ein anderes Mal schreiben Heute erzähle ich euch die Geschichte vom Flug in der Enterprise Ich war zum Wochenende aus der Kaserne gekommen und hatte vor, mit meinem Freund Käpt'n Horn so richtig einen drauf zu machen Durch irgendeine Publikation hatten wir erfahren dass im Sauerland ein Rockfestival stattfinden sollte oder sowas ähnliches Es war gepaart mit einer großen Kermess Da diese Geschichte wirklich über 40 Jahre her ist, möge man mir verzeihen wenn ich die genaue Örtlichkeit nicht mehr so parat habe Ich glaube, es war irgendwo in Lüdenscheid Guter Reim Eine kleine Örtlichkeit irgendwo in Lüdenscheid Das wird mir die angeschlagene Musikindustrie aus den Händen reißen, sobald ich es vertont habe Egal Wir hatten uns also mit irgendjemandem im Auto auf den Weg gemacht um Zeugen dieser volksfestartigen Darbietung zu werden und um im Schutze der versammelten Öffentlichkeit Drogen zu konsumieren um uns auf unsere Art so richtig zu amüsieren Zu diesem Zweck hatten wir von einem Stadt- und uns bestens bekannten Drogenhändler vier allerliebste Löschpapiere gekauft Das waren zu der Zeit sehr beliebte LSD-Darreichungen Der Stoff war auf den Filz geträufelt und man schluckte das kleine Papierchen runter Das ging wenigst Gutes und es hieß, warten bis die Wirkung einsetzt Die konnte man dann nicht mehr bestimmen Und ich sage mal so, das ein oder andere Mal wäre es besser gewesen Ich hätte den Filz weggeschmissen und mich nüchtern und unbedröhend meinem Schicksal ergeben Aber was will man machen? Wir waren jung und brauchten den Rausch Ich ganz besonders, denn ich war nach einem Jahr Bundeswehr schon ziemlich matschig Und das Einzige, was mir eine Perspektive war, war diese Band, die ich mit dem Käpt'n zusammen starten wollte Ich kann mich heute im Rückblick nicht mehr erinnern, wie weit unsere Pläne diesbezüglich gediehen waren Aber er war schon ein Teil unseres Lebens geworden Der große Plan von der Band Der Käpt'n und ich, wir waren zwei im Drogenkonsum erfahrene Leute Und zeichneten uns durch unsere Maß und stilvolle Art mit den Mächten der Bewusstseinserweiterung umzugehen aus Immer cool und auf Distanz zu den Giften Aber interessiert, sehr interessiert Ich hatte, besser ging es gar nicht Bei meiner Tätigkeit als Truppensanitäter einen Kurs im Blutabnehmen gemacht Und Injektionsnadeln zogen mich magisch an Ja, er denkt jetzt, Gott gibt er an Stimmt aber Ich war durch reinen Zufall an eine oder mehrere Schachteln Valeronampullen Einem Opiumderivat gekommen Und wir hatten es uns nicht nehmen lassen Meine auf Staatskosten erworbene Fähigkeit im Umgang mit medizinischem Gerät zu testen Tolle Sache Ich war ein Naturtalent Und wir waren Gefahrensucher Immer bereit, jeden Selbstversuch mitzumachen Der uns der Bewusstseinserweiterung oder der Bewusstlosigkeit näher brachte Multitoxikologische Forscher mit spirituell-psychodelischem Hintergrund am Rande der Unendlichkeit Da fällt mir ein Es gehört jetzt eigentlich nicht zu dieser Geschichte Ist aber ganz lustig, sodass ich das mal eben hier loswerden muss Es geht dabei um Injektionsnadeln und die blitzartige Wirkung Die präzise gesetzte Spritzen mit brisanter Ladung haben können Ich war, wie gesagt, bei den Sanitätskräften der Bundeswehr und hatte diesen Lehrgang zum Blutabnehmen mitgemacht Das wird an einem künstlichen Arm, der auf ein Holzbrett geschraubt ist, geübt Der Arm hat eine Hornhaut-Umbra-farbene Vinylhaut und unter dieser Gummischläuche die Venen darstellen sollen In diesen künstlichen Adern ist Kunstblut, das der Proband mit seiner neu erworbenen Fingerfertigkeit und einer bundeswehreigenen Spritze aus dem Kunstarm raussaugen soll Eigentlich pipileicht Aber wie alles dauert das bei der Bundeswehr seine Zeit Kurz, ich hatte diesen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen und musste jetzt im Krankenrevier des Sanitätsbereichs die morgendliche Blutsenkung bei den Patienten machen Bevor der eigentliche Sanitätsbetrieb losging Ich arbeitete mich also mit meinem Unteroffizier durch die Arme der armen Kameraden, als wir von der Putzfrau der Standortverwaltung angesprochen wurden Der Danitätsbereich wurde von Zivilangestellten der Standortverwaltung gereinigt Hey Jungs, ich bin heute so nervös, also so richtig blöde Habt ihr nicht irgendeine Mittel für mich? Der Unteroffizier, ein feiner Kerl, aber auch keine große Leuchte, grinste verschlagen und sagte Ja, aber sicher, gnädigste, da habe ich genau das Richtige Und der obergefreite Klein kann Ihnen das auch gleich geben Der hat ja jetzt seinen Lehrgang hinter sich gebracht Soll er mal zeigen, ob er das auch umgekehrt kann Die Reinigungskraft mit dem schönen Namen Frau Matuschek Setzte sich auf die Behandlungsliege im Behandlungsraum und machte den Arm frei Der Unteroffizier zog irgendwas auf die Pumpe und band ihr mit diesem Adernabbinder den Arm ab Ich wollte noch sagen, ja, aber das dürfen wir doch gar nicht, Herr Unteroffizier Da hatte mein Vorgesetzter mir schon die Gun in die Hand gedrückt und zeigte mit einem eiskalten Kopfnicken und den Worten Feuer frei auf Frau Matuschek Die Ader lag dick, blau und glänzend im Scharnier des Putzfrauenarmes Und ich war mir sicher, die würde ich nicht verfehlen Mein professioneller Ehrgeiz bahnte sich seinen Weg und ich dachte nicht mehr lange nach Ihr habt doch auch sicher Bekannte oder Verwandte, die in Pflegeberufen oder Sanitätseinrichtungen arbeiten Ja, dann wisst ihr auch, dass solche Leute eigentlich immer die besseren Ärzte sind oder sich immer dafür halten Ich machte da auch keine Ausnahme Diese Frau war nervös, abgespannt, vielleicht auch mit ihrem Leben nicht im Reinen Da muss man doch helfen, da kann man doch nicht abseits stehen Ich konnte helfen, also tat ich es auch Was ich der guten Frau da geschossen habe, weiß ich nicht Aber als der Unteroffizier mit den Worten Und ab die Post Den Adernabbinder löste Sagte Frau Matuschek wie vom Blitz getroffen bis auf ihren Bauchnabel in sich zusammen Und wir konnten vom Glück sagen, dass sie ihren Schruber wie eine Lanze in der einen Hand hielt Das gab der geschundenen Frau die einzige Stabilität, die sie vom Hinschlagen auf den Fußboden rettete Ach du Scheiße, Frau Matuschek Frau Matuschek, ist Ihnen jetzt besser? Nicht mehr so nervös? Fragte der Unteroffizier ziemlich dämlich Und wieselte beflissen um die angeschlagene Reinigungskraft herum Ich stand sinnbildlich mit der rauchenden Waffe Neben dem Behandlungstisch und war erschüttert Ah, was macht ihr mit mir? War alles, was Frau Matuschek mit einer Morlock-Stimme hervorbrachte Als ob ihr Gaumen mit Motofil ausgespachtelt Und ihre Zunge mit Rübenkraut gefüllt worden wäre Dabei guckte sie mit solch trüben Augen Pfosten gleich vor sich hin, dass man dachte, sie hätte ihr eigenes Aufwischwasser getrunken Ein Speichelfaden sabberte auf ihre geblümte Schürze Was macht ihr mit mir? War alles, was sie noch sagte und klang dabei wie ein Steifteddy, der schon lange nicht mehr gebrummt hatte Dann versuchte sie, sie es sich auf der Behandlungsliege mollig zu machen Aber das war die Rechnung ohne den Unteroffizier, der jetzt disziplinarische Folgen auf uns zukommen sah Auch ich sah mich schon vor einem Peloton mit oder ohne Augenbinder Das war mit Recht Denn es war strengstens verboten, Behandlung ohne Arzt vorzunehmen und eine solche Narkotisierung sowieso Klein, hol die Klamotten von Frau Matuschek, die muss weg Hier der Hauptfeld und die Ärzte hier sind schnell, schnell, schnell Die Vertuschung der bösen Tat begann Ich rannte in den Putzfrauen-Aufenthaltsraum und holte den Mantel und den Hut und die Handtasche der Putzfrau Und wir zogen ihr das Zeug an »Was macht ihr mit mir?« war dabei die einzige und ständige Melodie, die die alte Matuschek flötete Richtig gruselig Es schleiften sie die Treppe runter und der Unteroffizier sprach in einem Tonfall, mit dem man sonst nur mit Kindern oder Haustieren spricht »So, Frau Matuschek, gehen Sie mal schön nach Hause, heute putzen wir selber Legen Sie ein halbes Stündchen hin, dann wird Ihnen schon wieder besser werden »Alles wird gut, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen und sprechen Sie mit keinem« Ich bewunderte die Kaltschnäuzigkeit dieses ausgebufften Hundes Wir beobachteten aus dem Geschäftszimmer im ersten Stock des Sanitätsbereich, wie die gute Alte den Weg hinunterschwebte Mit butterweichem Gang, den Hut wie John Wayne im Nacken, schaukelte sie mit ihrer Handtasche am langen Arm durch den Kasernenbereich auf die Laterne vor dem großen Tor zu »Geschafft« Sie war weg Ich fragte den Unteroffizier, was wir denn da eigentlich verabreicht hätten Er guckte mich mit Verschwöreraugen an und sagte »Das willst du gar nicht wissen« Wir gingen wortlos an unsere Arbeit Am nächsten Tag kam sie mit dem »Du, du, 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 du« Finger auf uns zu »Ihr seid mir die Richtigen« »Was habt ihr mir denn da gegeben?« »Ich hab den größten Krach mit meinem Mann, ich hab ja den ganzen Tag im Bett verbracht« »Konnte gar nicht kochen« »Nein, nein, nein, wenn man euch schon mal braucht« »Der blanke Undank« So, das nur mal am Rande, um euch den leichtfertigen Umgang mit Drogen zu schildern, der damals so herrschte Ich meine, ich schreibe hier über die 70er Unnötig zu sagen, dass diese Geschichte einer dunklen Vergangenheit angehört und nicht zum Nachahmen empfohlen wird Aber es ist ja keiner zum größeren Schaden gekommen, also was soll's Zurück zum Rockfestival und ein kleines Schlückchen nebenbei, Brösterchen Ah, viel besser Zurück zum Rockfestival mit angeschlossener Kirmes und Zurück zum Rockfestival mit angeschlossener Kirmes in vermutlich Lüdenscheid oder weit weg Schon vor der Fahrt im Auto des Unbekannten, der uns zu dieser Veranstaltung fuhr, hatten der Käpt'n und ich jeder einen ganzen Filz geschluckt, denn wir wollten ja drauf sein, wenn wir ankamen Aber nichts tat sich, im Körper nichts Neues Wir waren eine ganze Weile unterwegs gewesen und der Käpt'n sah sein Wochenendvergnügen schwinden Die nackte Verzweiflung schwang in seiner Stimme Merkst du was? Ich merk nix, gar nix, oder doch? Nee, nix, war nix, scheiße, das sind Blindgänger, Mist So ging das die ganze Zeit Ich merkte aber auch nix, nicht die Bohne Du Stefan, gib mir den anderen auch noch, vielleicht klappt der ja Dieser Dealer-Arsch versorgt einem das ganze Arrangement Ich hatte mich schon so gefreut Ich auch Und deshalb schluckten wir jeder noch den anderen Trip Nix passierte Wir waren angekommen und es war ein richtiges Volksfest mit Fressbuden und Karussells Jede Menge Menschen und am Ende des Platzes war ein riesiges Zelt aufgebaut Von da kam ohrenbetäubender Lärm Das Rockfestival Eine ungefähr 30,2 Meter lange Schlange von Menschen wartete auf den Einlass Wir stellten uns auch an Jetzt ging alles ganz schnell Alle gingen rein Nur, bevor ich die Zelltür passieren konnte, senkte sich ein Arm Zu dem normale Leute Bein gesagt hätten und versperrte mir den Weg Halt erst mal warten, bis es vorgesitzt Sagte ein als Ordnungskraft angestellter Rocker von einem Körpermaßindex, der den Aldi-Taschenrechner-Speicher mühelos überfordert hätte Ich guckte so vor mich hin, als ich eine glühend heiße Woge durch meinen Körper schießen spürte und auch hörte Die Schädeldecke würde sich lösen, um dem Hirn ein wenig frische Luft zu gönnen, so ein Gefühl Eben die perfekte Welle Ich drehte mich zum Käpt'n, der mit einem puterroten Kopf und mit einem Popeye-Grinsen endlich hervorstieß Die Droge hatte also angedockt Ich weiß nicht mehr wer, aber es waren zwei Bühnen Eine große an der Stirnseite und eine kleinere an der Längsseite des Zeltes Wir suchten uns den damals üblichen Platz auf dem Fußboden Ja, das war da noch so, auf jeden Fall im Sauerland Vorher besorgten wir uns noch jeder ein Bier Die eine Band hatte aufgehört und sofort fing auf der anderen Seite eine andere an zu spielen Auch die sind mir bis heute unbekannt geblieben und wir bewegten uns nicht mehr von der Stelle Ich kann mich nicht mehr an irgendwas erinnern, was da überhaupt geschah Ich weiß nur, dass ich alles super duper fand Ich meine, wir waren so toxisch, dass selbst Luft holen schon eine absolute Sensation war Dann kam es Es Auf der Bühne, vor der wir saßen, hatte sich eine Band breitgemacht, deren Name mir bekannt war Ich wusste aber nicht, was sie spielten Es war Novalis, eine Schlauberger Band mit Merkrock und tiefen Inhalten Eigentlich nicht so mein Gelände Ich kann mich beim besten Willen nicht an Gesichter oder Musik erinnern, nur an diese eine Textseile Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken Ich dachte damals, wow, das ist es Wahnsinn Es durchbohrte mich, wie die Injektionsnadel den faltigen Arm von Frau Matuschek Und mir kam diese Zeile, wie die Antwort auf meine Fragen, wie die Antwort aller Fragen überhaupt vor Weltumspannend und universumsweit Die Rettung der Menschheit und ihrer Angehörigen Ich wollte mich dem Käpt'n mitteilen, aber der schrie und schunkelte mit seinem Bierbecher in der einen Einem Joint in der anderen Hand und einem ebenso bedienten Narko-Opfer um die Wette Sodass sich meine übersinnliche Erkältnis für mich behielt Novalis waren fertig Jetzt auch mit ihrem Programm und es bahnte sich eine Pause an Wir gingen auf den Kirmesplatz und der Käpt'n wollte nach all dem lahmen Zock jetzt mal so richtig was auf die Lampe haben So gingen wir auf ein Karuzell zu, das den Namen Enterprise trug und setzten uns in eine der zahlreichen Gondeln, die an einem riesigen Rad befestigt waren Man saß in Fahrt- oder Flugrichtung hintereinander und die Gondel war durch ein Chromrohrgitter geschlossen Es war die Gondel zur Hölle, sage ich euch Ich saß hinter dem Käpt'n und wer das nicht erlebt oder auch nur gesehen hat, kann sich nicht vorstellen, was das heißt, auf Narko einen solchen Flug mit einem solchen Käpt'n zu machen Das Rad kam langsam in Fahrt, dabei wurden die Gondeln von der Fliehkraft fast in Waagerechte gestellt Dann aber hebt sich das Rad an einem Arm und der ganze Flug geht senktricht und überkopfrasend schnell immer rum, bim-bam-bum, bim-bam-bum, immer rum, immer rum Dabei lief brüllend, trommelfelserfetzend laut Manfred Mans Earth Band David hat den Führerschein wieder Immer wenn ich heute dieses Lied höre, muss ich mich irgendwo festhalten Der Käpt'n hat so vor Begeisterung geschrien, dass der ganze Kirmesplatz unsere Reise in den Sauerlandhimmel mit größtem Vergnügen verfolgte Ich dachte nicht mehr, ich fühlte nicht mehr, ich war ganz Angst und Entsetzen Endlich, 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 hielt die Enterprise ganz langsam an Und ich wollte nur noch raus, auf den sicheren Boden Da wiederum hatte ich die Rechnung ohne den Space Captain gemacht Nein, wir fahren nochmal, der nackte Wahnsinn, Stefan, stell dich nicht immer so an Er hielt die Chromgitter zu und ich saß halbtot in dem hinteren Sessel, als die Enterprise zum erneuten Start ansetzte Jetzt spielte der Chemist-Mann an der Kasse Bachmann Turner Overdrive B-b-b-baby, you ain't seen nothing yet Unfähig, mein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, hörte ich jetzt nicht nur die Schmetterlinge lachen Das könnt ihr mir ruhig glauben Ich erspare mir jetzt den näheren Bericht über den zweiten Fluch Aber ich glaube, nach der vierten Runde habe ich auf dem Kirmesplatz Frau Matuschek gesehen, die mir die Zunge rausstreckte Zurück im Zelt lagen wir mit einer Horde angeknallter Leute vor der kleineren Bühne, auf der jetzt Gary Moore mit einer angegrauten Band auftrat Ja, dieser Gary Moore, ich glaube, es handelte sich um Colosseum Der Mann spielte wie ein vom Wahnsinn Besessener Ich bin kein Fan, aber der konnte wirklich Gitarre spielen Am besten fand ich noch sein Outfit Er hatte eine goldene Lederjacke an und ein T-Shirt, auf dem stand Fuck and Shout Wir haben alles überlebt und sind dann auch wieder nach Hagen gekommen, so wie immer Am nächsten Tag kaufte ich die Platte von Novalis Ich habe sie nur einmal gehört und mich dann auch ein bisschen dafür geschämt, dass ich dieses Schmetterlingslied gut fand Das war der Beweis, dass Drogen das Hören auch oft negativ beeinflussen Nüchtern war der Zauber verflogen Die Musik war indiskutabel, die Zeichen der Zeit waren andere Heute, 30 oder 40 oder noch viele Jahre später, bin ich im Internet auf den Text des Schmetterlingsliedes gestoßen Und es ist nicht, wie seinerzeit vermutet, von dem Dichter Novalis, sondern von Carlo Carges Unserem Carlo Carges, mit dem ich schon ein paar Jahre später eine Platte aufnehmen sollte Die mein ganzes Leben auf eine Flugbahn bringen würde, gegen die der Flug mit der Enterprise eine Schiffschaukultur mit halber Kraft war Ich habe das Gedicht, denn das war es wohl, dann nochmal gelesen und ich fand es einfach nur schön Vor dem Hintergrund der Ereignisse, die in den vielen Jahren zwischen dem ersten Hören und heute stattgefunden haben Klingt vor allen Dingen die letzte Strophe stark in mir nach Manchmal kommen sie zurück, diese unendlichen Weiten Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Vielen Dank Merci aku